Moin! Willkommen in Hamburg an der Feuerbergstraße. Von hier kann man auf die Baustelle der neuen U-Bahn-Betriebswerkstatt sehen. Die neue Brücke hinüber zum Alsterdorfer Markt kann inzwischen benutzt werden. Die U1 fährt bis Mitte Dezember 2024 nicht zwischen Lattenkamp und Ohlsdorf. Hier sehen wir entlang der U1 in Richtung Ohlsdorf – und hier in Richtung Sengelmannstraße. Die Gleise der U1 müssen während der Sperrung nach Norden verschwenkt werden. Die Arbeiten sind notwendig für den Bau der neuen U-Bahn-Linie U5. Die U1 soll in der nächsten Phase der Bauarbeiten in Sengelmannstraße am nördlichen Bahnsteig halten. Zwischen Ohlsdorf und Sengelmannstraße werden außerdem Schwellen ausgetauscht. Für die neue Führung des Gleises in Richtung Innenstadt wurde eine Stützmauer gebaut. Die neuen Brücken sind inzwischen eingebaut. Hier seht ihr den Blick von Norden. In ein paar Jahren soll die U1 die beiden äußeren Brücken benutzen. Die Gleise der U5 sollen auf der breiten Brücke in der Mitte liegen. Ganz im Süden liegt die Brücke der Güterumgehungsbahn – sie gehört der DB. Der Fußgängertunnel unter der U-Bahn ist während der Bauarbeiten geöffnet. Hinter der Absperrung rechts im Tunnel entsteht der Zugang zum nördlichen Bahnsteig. Hier die Ansicht von der südlichen Seite, von der City Nord aus. Hier die neue Wimert von Приgrüben. Hier die Ansicht von der D Bosch. Die Ansicht von der D Bosch. Wie schon gelendet. Wie schon ganz schön, denn was die Wimert von der Wimert? Die Sattelten kann sein, das ist ihnen in derospreiss. Während der Sperrung fahren Ersatzbusse zwischen Lattenkamp und Ohlsdorf. Die Busse fahren in dichtem Takt. Als Ersatz für die U-Bahn-Sengelmann-Straße halten die Busse an der Haltestelle knappe Böge und auch an der Haltestelle Stiftung Alsterdorf. Die U-Bahnen wenden am Lattenkamp. Über eine Weichenverbindung wechseln sie auf das Gleis in Richtung Innenstadt. Damit sage ich Tschüß und bis zum nächsten Mal! Untertitelung des ZDF für funk, 2017